Hi, wir sind die drei Baritone und das ist unsere Crowdfunding-Kampagne. Hallo, ich bin Sebastian. Ich bin die Carolina. Ich bin Lukas. Ich bin Marcelo. Ich bin Tim und... Ihr seid auf unserer Crowdfunding-Seite gelandet, weil wir für das neue Projekt eure Unterstützung brauchen. Da das ein Konzertprogramm ist, was auch szenisch sein wird. Unsere Kostüme kosten Geld, die Requisite. Bündbild, aber wir wollen das auch aufnehmen und streamen. Proberäume. Partkosten kosten Geld. Wir brauchen neue Arrangements. Und die Zeit kostet auch Geld. Bombe explodiert. Hey! Für das neue Konzept Capons Vermächtnis haben wir, wie der Titel ja schon so ein bisschen verrät, uns ins Milieu der Mafia gewagt und uns ein komplettes Universum ausgedacht, wie wir eine Geschichte erzählen können. Über drei Gangster, deren Pate verstorben ist und die jetzt herausfinden wollen, wer der eigentliche Mörder oder die Mörderin ist. Ich darf ja noch nicht so viel verraten, außer dass die Frauen an die Macht gehören. Auch für ein Publikum, die immer denken, dass Opa langweilig ist, denn das ist nicht so. Und Tim, du packst immer was auf, willst dann zu ihm hinlaufen und entscheidest dich dann an, ich nehme doch das andere, das war besser. Wir nehmen sowieso die Toaststücke, weil die Toaststücke sind zufällig alle geschrieben für Bariton. Ja, das sind wir. Ihr sollt natürlich selber auch was dafür bekommen. Es gibt Guli, Dankeschön für euch. Ein Probenbesuch. Konzertkarten. Postkarte. Einem Videolink. Die Toaststücke. Die Toaststücke. Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Leute, spendet jetzt! Wir zählen auf euch und wir freuen uns auf euch. Das wird mega.